Herzlich willkommen zum Teil 2 der Lektion über elektrotechnische Arbeitssicherheit. Mein Name ist Rudolf Merck-Märkenstein, ich bin Ziviltechniker und Sachverständiger für Elektrotechnik und befasse mich beruflich mit elektrotechnischer Arbeitssicherheit. In diesem Video wollen wir uns weiter mit Details der Europanorm EN 50110, elektrotechnische Arbeitssicherheit, Betrieb elektrischer Anlagen befassen. Wir wollen uns mit dem Thema der Arbeitsorganisation und vor allem mit den Rollenbildern, mit den Verantwortlichkeiten in einem Unternehmen befassen. Die EN 50110 regelt sehr genau, wer hat welche Aufgaben durchzuführen und welche Verantwortungen sind mit bestimmten Aufgaben, mit bestimmten Rollen verbunden. Hier hat sich mit der Ausgabe im Jahr 2014 ganz was Grundlegendes geändert. Das wollen wir uns im Folgenden ansehen. Bis 2014 gab es nur zwei Personen, zwei Rollenbilder. Das eine war der Anlagenverantwortliche und das zweite der Arbeitsverantwortliche. Der Anlagenverantwortliche war in einem einfachen Satz geregelt, nämlich jede elektrische Anlage muss unter der Verantwortung eines Anlagenverantwortlichen betrieben werden. Und es gab keinerlei genauere Regelungen, was die Aufgaben des Anlagenverantwortlichen sind. Der Arbeitsverantwortliche war hingegen sehr, sehr genau geregelt. Was gefehlt hat, waren Regelungen betreffend die Arbeitsvorbereitungen. Alle Kollegen, die wir in den vielen Jahren mit Arbeiten und der Vorbereitung von Arbeiten an elektrischen Anlagen befasst waren, haben natürlich intuitiv Arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet. Aber genaue Regelungen hat es nicht gegeben. Und genau dieser Punkt hat sich jetzt im Jahr 2014 geändert. Es wurden in der EN 5010, Ausgabe Oktober 2014, drei Rollenbilder sehr, sehr genau beschrieben. Neu eingeführt wurde ein gesamtverantwortlicher Anlagenbetreiber. Der hat die Unternehmerpflichten wahrzunehmen und muss Organisationsregelung treffen für das sichere Arbeiten und den sicheren Betrieb der elektrischen Anlagen im Unternehmen. Die Tatsache, dass er die Unternehmerpflichten wahrzunehmen hat, bedeutet, dass wir eine sehr enge Verbindung zu den Aufgaben haben, die im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz dem Unternehmer zugewiesen werden. Es gibt jetzt weiterhin einen Anlagenverantwortlichen, der aber ganz andere Aufgaben hat als früher. Die frühere Aufgabe des Anlagenverantwortlichen liegt nun beim Anlagenbetreiber, der im Übrigen auch im Elektrotechnikgesetz mehrfach mit Aufgaben belegt ist. Der Anlagenverantwortliche nach der neuen Norm ist der sicherheitstechnische Arbeitsvorbereiter, der Projektverantwortliche. Der Anlagenverantwortliche wird nur mehr für eine ganz bestimmte Arbeit ernannt und nach dem Ende der Arbeit erlischt seine Aufgabe wieder. Der Anlagenverantwortliche ist keine permanente Funktion im Unternehmen, das ist jetzt der Anlagenbetreiber, der den laufenden Betrieb im Unternehmen organisieren muss. Der Anlagenverantwortliche muss für eine bestimmte Arbeit eine Gefahrenevaluierung durchführen, muss das Risiko der Arbeit abschätzen, muss danach die Arbeitsmethode festlegen, er muss aufgrund der Risikoanalyse abschätzen können, reicht es aus, in der Nähe elektrischer Anlagen zu arbeiten oder müssen wir die Arbeitsmethode im spannungsfreien Zustand nach den fünf Sicherheitsregeln wählen. Wenn er diese Gefahrenevaluierung und alle Schlussfolgerungen gezogen hat, dann holt er seinen Arbeitsverantwortlichen und erteilt ihm die Durchführungserlaubnis. Der Begriff der Durchführungserlaubnis ist ebenfalls neu in der Norm und ist nun die Schnittstelle zwischen dem Anlagenverantwortlichen und dem operativ tätigen Arbeitsverantwortlichen. Der Arbeitsverantwortliche hat genau die gleichen Aufgaben wie auch früher in der alten Version der Norm. Er ist operativ an der Arbeitsstelle für die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich und muss die mit der Arbeit befassten Mitarbeiter in die Arbeitsstelle einweisen. Wir haben daher jetzt eine Dreigliederung in den Rollenbildern Anlagenverantwortlicher als Arbeitsvorbereiter, Arbeitsverantwortlicher als Durchführender und der Anlagenbetreiber ist der Organisator Elektrotechnik im Betrieb. Wir Techniker überlesen sehr leicht eine kleine Bestimmung in der EN 5010, die heißt, alle Regelungen, die die Sicherheit von Mitarbeitern und Personen betreffen, müssen der nationalen Gesetzgebung entsprechen. Das kann auch nicht anders sein, denn eine Europanorm kann nicht stärker sein als ein nationales Gesetz. Umgekehrt bedeutet dieser kleine Absatz in der Norm, dass überall dort, wo die EN 5010 Lücken lässt, Regelungen offen lässt, die nationalen Gesetze zum Zug kommen. Das sind im Unternehmen vor allem das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, die Elektroschutzverordnung, die Arbeitsstättenverordnung und viele andere mehr. Und es ist daher die Umsetzung, die Organisation im Unternehmen für sicheres elektrisches Arbeiten eine sehr stark juristische Aufgabe, weil wir die Regelungen des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes und die darauf beruhenden Verordnungen anwenden müssen. Wo ist dies nun der Fall? Die EN 5010 sagt zwar aus, was zu geschehen hat, wie die handelnden Rollen heißen und welche Verantwortung sie haben, die EN 5010 sagt aber überhaupt nichts darüber aus, ob das im eigenen Industrieunternehmen oder durch eine Fremdfirma geschieht. Und die Zusammenarbeit von meinem Industrieunternehmen mit einer Fremdfirma, die in meinem Unternehmen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten macht, diese Zusammenarbeit unterliegt dem Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. Wir finden dort zum Beispiel in § 8 des AGG die Koordinationsverpflichtung. Wenn auf einer Arbeitsstelle Mitarbeiter mehrerer Unternehmen beschäftigt sind, müssen sich die Arbeitgeber vor Beginn der Arbeit koordinieren. Das heißt, unser Anlagenverantwortlicher braucht einen Ansprechpartner bei der Fremdfirma, den nennen wir Sicherheitskoordinator der Fremdfirma. Unser Arbeitsverantwortlicher braucht auch wiederum einen Ansprechpartner, zum Beispiel der Teamleiter. Und wie diese jetzt zusammenarbeiten, wird im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, in der Elektroschutzverordnung, in der Arbeitsstättenverordnung, in der Arbeitsmittelverordnung festgehalten. Beispielsweise ist ein Grundsatz des österreichischen Arbeitnehmerinnenschutzrechts, dass nur der eigene Arbeitgeber für seine Mitarbeiter verantwortlich ist. Daher müssen alle Regelungen zwischen unserem Industrieunternehmen und Fremdfirmen in einer Vertragsform errichtet werden und müssen Inhalt von Vergaberichtlinien, Vergaberegelungen sein, womit wir schon wieder im Bereich von juristischen Tätigkeiten sind, die sehr herausfordernd sein können. Wir benötigen daher zwei verschiedene Regelungen betreffend die Umsetzung der Europanorm 5010 im Industrieunternehmen. Das eine ist, wir müssen die interne Arbeitsorganisation regeln und das zweite ist, wir müssen regeln, wie wir mit Fremdfirmen zusammenarbeiten, damit keine Elektrounfälle passieren und jeder weiß, was er zu tun hat, welche Rolle ihm zufällt, welche Aufgaben er wahrzunehmen hat und wie die Verantwortungen aller beteiligten Personen und Firmen aussehen. In großen Industrieunternehmen benötigt die Umsetzung dieser Organisation zwischen ein und zwei Jahren, weil es in viele Bereiche des Unternehmens eingreift, wie gesagt von der internen Arbeitsorganisation über die Vergabe von Werkverträgen, von Aufgaben an Fremdfirmen und über die laufende Durchführung von Arbeit, wie zum Beispiel die Einweisung von Mitarbeitern von Fremdfirmen in die lokale Örtlichkeit, in die Herausforderungen der Arbeitsstelle. Wir haben daher uns die Rollenbilder näher anzusehen, der Anlagenbetreiber als Gesamtverantwortlicher, als Organisator der elektrotechnischen Arbeitssicherheit und der Wartung und Instandhaltung im Unternehmen. Der Anlagenverantwortliche, der nach der neuen Norm nur mehr temporär, zeitlich begrenzt für eine bestimmte Arbeit eingesetzt wird, die Arbeitsvorbereitung macht, dem Arbeitsverantwortlichen die Durchführungserlaubnis erteilt und nach dem Ende der Arbeiten wieder den regulären Betrieb sicherstellt und der Arbeitsverantwortliche, der operativ an einer Arbeitsstelle für die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich ist und der die Mitarbeiter, die an der Arbeit beteiligt sind, unterweisen müssen. Wir werden uns in weiteren Videos dieser Lektion noch mehr mit Details über Arbeitsorganisation und insbesondere über die Qualitätsanforderungen der Arbeit beschäftigen. D Gemini Vielen Dank.